Wie genau das und wie mit Hallona herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Story of Seasons, Dora Eamon. Ja, ist ja gut. Friends of the Great Kingdom. Ich bin gespannt. Ich glaube heute wird eventuell etwas fertig sein. Mit etwas meine ich eventuell das Raumschiff. Ist jemand zu Hause? Ich komme. Neu Moment. Hallo. Oh, hoher Besuch. Oh, Königin Luzinda, was macht ihr denn hier? Nun, ich wollte mit euch allen sprechen. Ah, geht es um unser Raumschiff? Dann hole ich mal alle. Nun, gut, dann geh schon mal vor. Sie wirkt gerade irgendwie ein bisschen bedrückt. Warum auch immer. Jetzt sind alle auch da. Mutter? Wegen eures Raumschiffs. Du hast versprochen, dass du es ihnen bald zurückgibst. Ist es fertig? Nun, die Wahrheit ist, ich fürchte, ich muss euch um Verzeihung bitten. Wofür? Ich verstehe nicht ganz. Was ist denn los? Es tut mir wirklich sehr leid. Was ist denn los, Mutter? Bitte. Für unsere Bemühungen, alle vor dem Dämonenatem zu retten. Ja? Wie gesagt, ich... Meine Leute... Meine Leute haben es zulegt. Was? Was? Ich weiß nicht, was ich tun kann, außer euch um Vergebung zu bitten. Wie viel davon haben sie auseinandergenommen? Bis auf die letzte Schraube, fürchte ich. Warum? Gott, warum sagst du das nicht eher? Warum? Hä, was soll das? Äh, du kannst es aber wieder zusammenbauen, oder, Dora Emon? Äh, ich fürchte nicht. Wir reden hier von echter Raketenwissenschaft. Aber dann... Äh, das ist sicher ein anderer Apparat, der uns nach Hause bringt. Na, wenn das so einfach wäre. Ich wünschte es, aber ich habe nichts dergleichen. Also, dann... Na, brauchen wir vielleicht Hilfe. Wir sitzen hier fest. Was sollen wir denn jetzt tun? Komm schon, Nobita, denk nach. Warum ich? Was? Wieso ich? Äh, was... Was man tun kann? Es tut mir wirklich sehr leid. Äh, haha. Manu? Oh. Äh, ich kann Herrn Bau nicht helfen. Ich habe noch keins gesehen. Ich bezweifle, dass du es könntest, wenn du eins gesehen hättest. Vor allem, wenn man diese fortschrittliche Technologie bedenkt. Wo sollen wir überhaupt anfangen, diese Technologie nachzubauen? Hm, wenn wir nur ein anderes Stift hätten, das sie benutzen könnten. Ich wünschte, das nachgebaute Raumschiff im Schloss wäre echt. Ihr habt einen Nachbau eines Raumschiffes im Schloss? Hä? Ja, ey, mein Vater hat es mir mal gezeigt. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist. Das war kein einfacher Nachbau, weißt du? Hä? Was? Also, war es ein echtes Raumschiff? Warum lassen wir sie dann nicht einfach damit nach Hause fahren? Das Schiff kann sie so, wie es jetzt ist, nicht nach Hause bringen. Ich bin nicht sicher, ob es in diesem Zustand überhaupt noch fliegen kann. Klingt nicht so, als ob es uns viel nützen würde. Wie wäre es, wenn wir es reparieren würden? Äh, wir? Ein Illuminana-Raumschiff reparieren? Warum nicht? Wir haben auch das Ding gegen den Dämonenatem repariert. Ganz genau. Äh, wir können jetzt vielleicht nicht neu bauen, aber reparieren. Du bist so optimistisch. Ach, es ist jetzt schon eine ganze Weile kaputt. Nun, damit können wir alle nach Hause bringen. Wir sollten es versuchen. Nun gut. Ähm, ich kann nicht einschätzen, was ihr alle leisten könnt oder nicht. Ähm, ich lasse das Raumschiff zum Halligalli-Platz bringen. Dort findet ihr es. Okay. Ich schätze, wir sollten später am Platz vorbeischauen. Jata. Oder so. Okay, das wird auf jeden Fall spannend, denke ich. Äh, mal sehen, ne? Uh. Äh, mal sehen. Na, warte bis morgen. Das geht schon. Jetzt haben wir zum Halligalli-Platz oder wie oder was. Warte auf das Raumschiff. Ich dachte irgendwie, ne? Ich dachte, jetzt ist es Hammers, ne? Jetzt ist das Spiel durch, aber nee. Nee. Spannungsbogen wird weiter aufgebaut. Here we go again. Schön. Los geht's. Dann gucken wir mal raus. Hier scheint auch noch was zu laden irgendwie. Was lädt denn jetzt noch? Hi. Ja. Hey, was habt ihr zwei vor? Wir haben gehört, du hast noch mehr Apparate wiedergefunden. Ja, einige Apparate fehlen noch, aber du findest die sicher bald wieder. Wir dachten uns, wir feiern das, indem wir dir ein Geschenk machen. Was? Ein Geschenk? Das war mein Handy. Ein Geschenk? Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was es ist. Daher basteln wir auf Vogelscheuschen für den Hof, die auch sehen wie wir. Ah, Vogelscheuschen also. Und die sehen aus wie ihr? Wie cool. Ja. Jeder von uns ist für seine eigene Vogelscheusche verantwortlich. Ah. Und halt die Augen nach weiteren Apparaten, Affen. Toll. Dekorationsgegenstände. Ich möchte gerne was Praktisches, womit ich super mega krass werde. Und ja, super mega krass ist auf jeden Fall das, was ich sein möchte. In diesem Spiel auf jeden Fall. So, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe hier noch großartigen Königsdünger. Ich bin gewillt, absehbarer Zeit noch mehr von diesem großartigen Dünger herzustellen. Ich habe schon vergessen, bei Lunes, denke ich mal. Gehen wir mal zu ihm hin. Du musst doch hier unten sitzen und eifrig etwas schreibseln. Yeah, das ist mein Junge. Hi. Oh, ja genau. Die Lumen ist vorgescheuert. Die ist wunderschön. Dankeschön. Ich möchte gerne verbesserte Dünger herstellen, bitte. Ähm. Da, 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 da. Großartiger Königsdünger. Oh yeah. Gehen wir voll rein? Wir gehen voll rein. Böö. Hi. Cool. Noch mehr Dünger. Hey. Ich weiß gar nicht, wie gut der ist. Am Ende übertreibe ich es vor. Dünger alles tot und dann übersäuert der Boden und dann, 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 dann sterben alle. Also alle Pflanzen, die Menschen vielleicht auch dann. Mal gucken. Ich soll dafür mitreden. Warum kann ich? Wie ernte ich? Wie ernte ich? Was ist hier los? Ich muss gerade irgendwie meine Realität checken. Die sind doch fertig, oder? Ja. Dann nimm sie doch mit, Nubita. Muss ich die sicheln? Muss ich hier mit der, wieso kann ich die, hä? Was ist mein Eventar von, nee? Hä? Wie, nee? Hä? Oh mein Gott, ich habe schon so lange nicht mal gespielt. Muss ich die sicheln? Ah, ich musste die mit der Sense wegmachen. Ah, das habe ich gewusst. Das habe ich nicht. Ich habe es. So, hä, hä? Wie geht das? Hä? Wie gut, dass ich schon, man merkt, dass ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Ich so, hä? Wie funktioniert das? Nubita, nimm es doch bitte einfach mit. Dankeschön. So, ähm, habe ich irgendwie noch das Saatgut, irgendwie, jetzt so. Ich nehme noch die große BlaBlaMelone. Das war's. Ja, ich brauche das Saatgut. Guck mal, wir, äh, Hufflecopter mal nach oben. Das sieht so dumm aus, ich liebe es. Hm, schön, 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 schön. Was geht ab, Freunde? Ja, ne? Hier ist doch, hier ist doch schön, ne? So, dann, äh, hier haben wir die Gießgarne. Und der, ihr werdet nicht coole Früchte. Uh, hier wächst sogar schon mal ein bisschen was. Äh, kann ich irgendwie runter? So, da soll ich einfach den Rufflecopter wieder nehmen. Was, Mensch, muss ich den Rufflecopter nehmen? It's cute. Ich fühle mich so cute. Okay. Ich bin so Kawaii. So, was haben wir denn jetzt hier noch so schönes? Aha, aha. Nothing. Cool. Das ist wirklich das Shit. So, dann, äh, dünge ich hier mal noch ein bisschen. Ich bin froh, dass alles bewässert ist. Da ist der Aini. Aini. Hallo, Aini, der wie Kyoto aussieht. Ja, ne? Das ist eigentlich 1 zu 1 Kyoto. Kyoto ist auch so ein kleiner Randale. Hallo. So. Wuffi, wuff. Duh, wuff. So. Erstmal alle liebhaben hier. Duh, 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 duh. Oh, geh nochmal. Na komm, lass dich knuddeln, du kleine, süßes Mohn. Zack. Sehr schön. So, dann guck mal hier mal direkt mal weiter. Bürsten. Das wird alles mal gemacht werden, ne? Ich versuche jetzt immer alles so ein bisschen outzusourcen, dass ich es immer off-screen mache, dass ihr nicht dabei seid. Die Mohnen aber auch ganz schön laut. Mensch. Brüllt doch nicht so rum. Schreit mich doch nicht so an, ihr Kühe. Ich habe euch gar nichts getan. Oh mein Gott. Ja, guten Morgen. Ich werde dir gerade von Kühen angeschrien. Und du so? Ja, und ich mache hier Moonwalk erstmal über den Boden. Perfekt. Perfekt. Ich finde übrigens auch diesen Tipp sehr schön von dem Zuschauer. Ich kann die Tiere einfach mal rauslassen. Also es ist egal. Solange ich einfach drin das Futter nachlege. Geht es nicht gern gut. Es ergibt null Sinn. Ich gebe es zu. Das ist warum, ne? Aber es funktioniert. Aber ich fülle dabei natürlich nicht. Perfekt. Ja, dann nimm doch das Futter raus, Junge. Danke. Ja, ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Das ist okay. Ich spiele derzeit immer... Ah, Drago... Noka... Ne, wie heißt das? Drago Noka, genau. Äh, bin ich derzeit richtig schadsüchtig nach dem Spiel. Spiel eingeschneuert. Wo ist denn das Futter hin? Und das hat natürlich auch eine andere Steuerung. Das ist voll cool. Ich glaube, es gibt... Hab ich das Futter rausgenommen? Ist das Futter hier dabei? Oh mein Gott. Wo ist man... Oh. Da! Hä? Ich bin so durch, oder? Wo ist das? Ah, ah, da. Oh mein Gott. Hä? Da war's doch gerade... Ah, da. Oh mein Gott. Ich krieg nix mehr auf die Kette, ey. Ich bin... Ich bin einfach nur durch, ne? Ich hab mich einfach selbst durchgespielt. Ich krieg gar nichts mehr mit, irgendwie. Ich bin irgendwie im... Im Nimbus gefangen. Keine Ahnung. Ich bin einfach durch. Ah. Was kann man zur Adoption freigeben? Oh mein Gott. So. Ja, wieder alles Reineres. Ich hatte eh Futter dabei. Warum hab ich das Futter rausgenommen? Oh mein Gott. Ach, Susan. Oh, jetzt regnet's. Oh, soll ich jetzt vielleicht doch die... Ne, wisst du was? Das ist jetzt Feldstudie Nummer 1. Werden Tiere krank oder wütend, wenn sie bei Regen draußen sind? Nummer 1? Mal gucken. Wenn sie mich morgen noch mögen, ist alles gut. Und wenn sie tot sind, wär's ein Fehler. Ja. Ich bin mir sicher, so funktioniert das. So, ja. Futter. Die Chiggis waren auch was. Wir gehen jetzt hier. Wir gehen in die Vollen. So. Haha. Schade, dass man hier auch nicht irgendwie aus Hühnerkacken oder aus Kuhkacken Köder machen. Köder? Dünger machen kann. Das heißt schade, aber das war ein bisschen realistischer als aus... Äh, Ammonitenfossilien. Oh, jetzt hab ich ganz viel rausgenommen, wo ich das rein tun kann. Ich bin's. Ich bin's. Eine volle Döhle. Futter ablegen. Ich bin einfach... Ich bin einfach durchgehalten. Wie immer. Also eigentlich alles wie immer. Perfekt. So, ja. Bleib mal im Regen hier. Das ist okay. Oh, ja. Oh, du bist so süß. I love you. I love you so much, Pip. He's such a cutie. Ich bräuchte eigentlich auch mal ganz dringend irgendwie Geld. You said everyone ever. Oh, ein Twitcher war das auch noch ein Event, sehe ich gerade. Und Neo hat auch noch was für mich anscheinend. Da ist ein gott fetter roter Punkt bei ihm. Gehe zum Halligalliplatz. Freunde, andere. Gehe zur Zimmerei. Äh, Käferbekle... Was? Käferbekleidungsbild. Gehe zum Wunschschlag. Okay, es gibt neue Events. Und ich soll mal mit Neo reden. Da gibt es zum Beispiel das Käferbekleiderbild. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wir gucken einfach mal. Wo ist denn Neos da? Hey, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich von mir, Junge? Ihr schaut mal. Was geht ab, Neo? Sei nicht schüchtern. Erzähl mir von deinen Käfern. Hey, nur wieder. Sieh dir das mal an. Oh mein Gott, das ist eine dicke Hummel. Ist das ein Kostüm? Die Outfits sehen da aus wie Käfer. Das sollen sie ja auch. Ich habe ein paar spezielle Käferkostüme selbst gemacht. Ich wette, du hast noch nie so etwas einzigartiges und modisches gesehen. So, das ist das jetzt nicht. Neos, okay. So etwas habe ich definitiv noch nie gesehen. Das steht fest. Das ist ein guter Kommentar. Sag mal, darf ich mir das mal kurz ausleihen? Sie gefallen dir wohl, hä? Vielleicht hast du ein besseres Auge, als ich dir zugetraut habe. Ich würde dir nichts drauf ein. Ich will gerne wie eine dicke Hummel aussehen. Okay, ich könnte bestimmt die Kleidungs-Replik-Kamera auf dieses Bild von Neo anwenden. Ich sollte die Outfits-Namen dann auch mal anprobieren. Ja, ich wollte schon immer wie eine dicke, fette Hummel aussehen. Das ist... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, cool. Was geht's, ne? So, die dicke, fette Hummel-Staffel geht los. Kann ich auch eine Killermantis sein? Kann ich auch ein Power Ranger sein? Ey, ich bin mir gerade nicht sicher, ne? Kann ich auch ein golfspielender König im Weltall sein? Wir gucken einfach mal. So, äh, ja, äh, oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott. Gibt's das auch von Doraemon? Oh mein Gott, Doraemon ist ein... Wer hat sich das denn ausgedacht und für eine gute Idee befunden, wie geil ist das denn? Okay. Doraemon ist ein Marienkäfer. Shizuka ist ein Schmetterling. Du bist, äh, äh, na, 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 Also es gibt ja auch, bei Story of Seasons gab es auch so irgendwelche Kuh- oder Hunde-Kostüme oder sowas, was man tragen kann. Ich glaube, es gibt auch Leute, die das Ding unironisch getragen haben, aber... Nein, ich nicht. Ich möchte mit Stil spielen. Deswegen habe ich auch dieses coole, fetzige Ausfit hier an. So, was nehmen wir denn jetzt? Wir haben noch relativ... 19? Okay, wir haben ein paar Tage Hammer noch. Ihr habt sie's. Wiederholt. Blumenkohl. Ne, das ist immer schon zu lang, oder? 12 Tage, 19 plus 12, da kommen wir über 30. Das funktioniert so nicht. Das könnte sehr knapp werden. Ah, das ist alles so ein bisschen schlecht. Gänseblümchen würde noch gehen. Erbsen, na, das soll wieder wachsen. Das lohnt sich nicht. Burg ist auch wieder wachsend. Ich glaube... Also entweder Kartoffeln oder Gänseblümchen, das ist. Weihnachtlauf. Und Gänseblümchen, Baby. That's the shit. Oh, ja. Daisies and Potatoes. Daisies and Potatoes. Yo, Daisies and Potatoes. Los, Kinder. Was heißt Daisy? Gänseblümchen. Was ist Potato? Kartoffel. Wir machen jetzt hier Dora, die Explorer. Lernen alle ein bisschen gemeinsam Englisch. So, los geht's. Ab geht der, der Peter? Schön mit Anlauf. Ich finde es auch schön, wie der Boden trocken ist. Und sobald ich was aussehe, ist er einfach mal feucht. Das ist okay. Ich komme damit klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das sofort jetzt. Weil es kann sein, dass jetzt irgendwann auch etwas beträgt. Dann muss ich alles nochmal extra bewässern. Wir haben diesen Mini-Nimbus, aber der bewässert der immer nur morgens, wenn irgendwas ausgesät ist. Und dann müsste ich alles nochmal von Hand... ...und Hand nochmal selbst gießen. Und das ist natürlich keine Erziehung. Nein. Ich lasse das von meinem Angestellten, a.k.a. Ich frage mich... Moment mal. A.k.a. der Naturmachung. Ich frage mich, ob es über den Wolken jetzt auch regnet, weil... ...es ist ja über den Wolken. Also dürfte es da ja nicht regnen, weil es ja über den Wolken ist. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht davon, dass es realistisch ist. Ich habe gehofft, wenn es regnet, wird es hier oben auch bewässern. Aber es würde keinen Sinn ergeben. Und... Oh mein Gott, ich hatte Spielentwickler, die alles logisch machen müssten. Wieso? No! Da muss ich mir ja Mühe geben. Ach, boy. So, okay. Dann haben wir das hier soweit alles eigentlich schon mal... Ha? Ich will die Karte, ob noch irgendwas offen ist. Habe ich die Kühe gemolgen? Als irgendein Mensch habe ich Kühe gemolgen? Ich wurde angeschrien. Ihr habt mich angeschrien. Ne, ich habe ich gemolgen. Okay. Ich mag es nicht, von Kühen angeschrien zu werden. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist irgendwie nicht so meins. So. Aber sie tun es trotzdem. Was willst du? Ich glaube, ich verkaufe Gänseblümchen einfach mal. Weil Geld. Ich wollte mir nämlich gerne noch, vollständigkeitshalber, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann endgültig auch wirklich legitim brauchen werde, wahrscheinlich nie. Aber einfach nur, vollständigkeitshalber, das Gewächshaus. Das wäre eine schöne Sache. Und das machen wir dann auch. So, nee, nee. Hier möchte ich nichts dran tun. Ich will eigentlich hier lege Mais oder Zeug dran. Weizen. Ja, schön. Machen wir das mal raus. So. Dann knarren wir da alles rein. Perfekte Maniko. Tada. So, habe ich engstil überall in die Tür hier. Perfekt. So, wir haben jetzt aber noch einiges an Quests, habe ich ja gerade noch gesehen. Ergut mit dem Raumschiff. Dann geht die Quest-Line auf dem Halligalli-Platz weiter. Und dann ist hier noch einiges jetzt offen. Also, andere klingt jetzt schon sehr interessant, ne? Das ist jetzt neue Waldwaren. Da bin ich mal gespannt. Das anscheinend können wir jetzt mehr bauen lassen oder so. Dann muss man dann mal zur Zimmerei gehen. Das machen wir, denke ich mal, direkt zu Beginn der nächsten Folge. Und dann noch irgendwas mit dem Glücksbringer. Dann machen wir mal sehen. Und natürlich hier die Hauptstory. Dann fange ich, hier ist jetzt richtig was los, Leute. Hier ist jetzt richtig Rampazamba. So, okay. Aber hier reingehen wir dann erst in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie da heißt, Jumi, let's play Doraemon, Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom. Ich sag einfach alles auseinander. Ihr wisst schon, was wir hier spielen. Sonst würdet ihr nicht zugucken. Okay, ciao. Oh mein Gott.